Heute bauen wir eine richtig coole Seitenleiste mit unserem schönen Kaugummi-Effekt. Los geht's! Heute bauen wir mal wieder etwas richtig Cooles mit unserem schönen GUI-Effekt, den wir schon in einigen Videos benutzt haben. Und JavaScript, das heißt, wir werden so eine richtig coole fixierte Seitenleiste bauen. Wenn man da drüber geht über die Punkte, werden die halt eingeblendet mit so einem richtig netten Effekt und so. Das ist ziemlich cool. Wir werden das komplett durch JavaScript generieren, was heißt, auch wenn wir kein Frontend-Framework wie Angular, React und Co. nutzen, werden wir das einfach normal mit JavaScript generieren, sodass man ein bisschen Grundverständnis für so JavaScript-generierte Webseiten erlangt. Natürlich könnt ihr das alles auch ohne JavaScript umsetzen, wäre überhaupt kein Problem, das wäre dann einfach statisch. Aber ich dachte, es ist mal ganz witzig, einfach so ein bisschen komplexere Problemstellungen auf einfache Situationen zu beziehen. Deswegen beschäftigen wir uns heute damit. Ansonsten, wenn ihr, wie gesagt, Fragen, Probleme oder sowas habt, ganz oben in die Videobeschreibung. Wie immer findet ihr Discord, da könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los und verliehen nicht noch mehr Zeit. Auf geht's! So, und los geht's als erstes mit dem spannendsten Teil, und zwar der Live-Demo. Hier seht ihr das, was wir heute bauen werden, eine Sidebar, nicht wirklich etwas Neues. Ihr habt wie immer eine Live-Demo, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch den gesamten Code, den wir jetzt gleich bauen werden, ansehen. Ansonsten findet ihr dort auch grundlegende Videos, wie zum Beispiel unser GUI-Video von vor allen Dingen Wochen. Die sind einfach wichtig und setzen sich als Grundlage voraus. Aber was genau macht unser Effekt? Wir haben hier eine ganz normale Sidebar, das ist einfach eine Side-HTML-Element, wo, ja, Menüpunkte drin sind mit Icons. Das sind einfach Font-Awesome-Icons. Und ihr seht schon hier den Effekt, dass wir diesen GUI-Klebe-Effekt nutzen, um hier ein Label anzuzeigen. Das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, vom Effekt nicht so sonderlich schwer. Ich persönlich finde es aber cool und auch eine wirklich nutzbare Verwendung des GUI-Effektes. Und deswegen werden wir jetzt direkt loslegen. Wie gesagt, unter der Videobeschreibung alle wichtigen Links und auf geht's! So, als erstes sehen wir uns unseren HTML-Bereich an. Hier ist einfach meine Index-HTML, meine Standard-Entwicklungsumgebung. Diese ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe hier eigentlich nur zwei wichtige Elemente. Einmal eine Side mit der Klasse Sidebar. Also hier das heißt Side-Objekt mit der Klasse Sidebar. Und dann ein Navigationsobjekt mit der Klasse Navigation. Was heißt, diese beiden Elemente sind eigentlich die wirklich entscheidenden in unserer HTML-Datei. Allerdings muss ich sagen, zu meiner Standard-Entwicklungsumgebung, ich habe hier oben die CSS von Font Awesome eingebaut. Font Awesome sollte den meisten von euch ein Begriff sein. Das ist einfach eine Icon-Font. Ihr könnt einfach unter der Videobeschreibung auf den Link klicken. Dort wird im Prinzip alles erläutert, dass die gesamte Doku verlinkt, wie ihr das nutzen könnt. Und hier unten habe ich unser SVG-Element, was wir aus den vergangenen GUI-Videos schon kennen und was ich da schon ausführlichst erklärt habe, wie das hier funktioniert, verlinkt. Auch das Videos und eine Videobeschreibung hinterlegt, sodass ihr euch das ansehen könnt. Ansonsten machen wir in unserem HTML-Bereich oder in dieser HTML-Datei in diesem Video nichts, weil wir alles weitere mit JavaScript generieren. Das heißt, unsere einzelnen Menüpunkte, dass das später auch so aussieht, wie es hier aussieht, werden wir später komplett generieren mit JavaScript aushand eines JSON-Objektes. Und das werden wir jetzt gleich als erstes machen. Aber bevor wir damit loslegen, gucken wir uns erstmal CSS an. So, unser CSS-Bereich ist in diesem Video relativ simpel. Und zwar haben wir hier ja in unserer Live-Demo, sehen wir, wir haben hier drei Icons und jeweils ein kleines Label-Objekt, was sich da quasi hinter ausfährt und so eine lange Sidebar. In unserem HTML haben wir gerade ja schon festgestellt, wir haben eine Sidebar und wir haben eine Navigation. Diese beiden Sachen kopiere ich jetzt einfach mal herein, weil dieses Video richtet sich nicht an Anfänger. Und das sind Attribute, die relativ simpel zu verstehen sind. Allerdings muss ich hier was erklären. Und zwar haben wir hier Top und Bottom. Das heißt, wir positionieren unsere Leiste hier an der Seite mit Top und Bottom. Ich füge jetzt hier einmal kurz eine Hintergrundfarbe ein, einfach nur, damit wir uns das verdeutlichen können. Wir haben jetzt hier unsere Sidebar. Wenn ich jetzt hingehe und unserer Sidebar den GUI-Filter gebe, sodass der auch im Prinzip funktioniert, seht ihr, dass hier oben die Ecken abgerundet werden. Das liegt an unserem GUI-Filter und deswegen müssen wir das entgegensteuern. Und das tun wir, indem wir sagen, okay, wir ziehen oben und unten, gehen wir quasi aus dem Monitor raus und ziehen diese nicht geraden Ecken quasi aus dem Sichtfeld des Nutzers. Was heißt, Top und Bottom minus 2 RAM bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir die Sidebar oben und unten etwas vergrößern, sodass die runden oder die abgerundeten Ecken nicht mehr sichtbar sind, sodass unser GUI-Filter hierauf eigentlich keinen Effekt mehr hat, zumindest keinen sichtlichen Effekt. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Navigation. Das ist einfach unser Nav-Objekt hier drin. Ups, das wollte ich nicht, sondern ich wollte hier unser Nav-Objekt einfügen. Warum macht es das nicht? So, ja, jetzt ist unser Navigations-Objekt drin, also die Navigations-Klasse, wird einfach mit Display-Flex und Column gestylt, was heißt, das soll alles untereinander hier in dieser Spalte rutschen und nach oben hin soll es einfach ein bisschen Platz haben mit Padding 5, was heißt, hier oben soll einfach ein bisschen Abstand sein. Und das ist quasi der erste Part unseres gesamten, ja, dieses gesamten Parts und deswegen speichern wir das erstmal kurz ab. Jetzt kommt nämlich etwas, was ein bisschen abstrakter ist und zwar müssen wir jetzt mit JavaScript alles generieren, also unsere Menüpunkte generieren und das werde ich jetzt, ja, in JavaScript machen. So, in unserem JavaScript haben wir jetzt hier schon einige Fragen, einige Schritte, die wir jetzt nach und nach durchgehen und das erste, was wir machen wollen, ist zu sagen, was stellen wir eigentlich dar. Und hierzu nutzen wir JSON, das ist einfach eine Form Daten in JavaScript darzustellen, das heißt, Menudata ist unsere Variable. Hier habe ich ein Array von Menüpunkten dann zeigen und jeder Menüpunkt wird in Zukunft sowas sein, wie es wird ein Label haben. In unserem Fall, das erste bekommt Home. Dann gibt es ein Icon, also jedes Menüpunkt oder jeder Menüpunkt wird ein Icon haben, wird eine Farbe haben, also ein Hexadezimal-Code und sollte natürlich auch ein Link besitzen. Und wenn das Ganze, wenn man das wirklich definiert, sieht das später so aus, das kopiere ich jetzt einfach mal hier rein. Wir haben nämlich jetzt drei Menüpunkte, jeder dieser Menüpunkte hat ein Label, ein Icon, das ist einfach von Awesome rauskopiert, dann eine Hintergrundfarbe und der Link ist einfach gerade nur ein Slash, sodass wir nicht von der Seite weitergeleitet werden. Bei der Seite das ganze Speichel passiert natürlich noch nichts und so haben wir quasi erstellt, was wir darstellen möchten, nämlich diese drei Menüpunkte. Und jetzt kommt der nächste Punkt und zwar, wie wir das Ganze beeinflussen und konfigurieren können. Und zwar gibt es hier immer einen Punkt, nämlich eine sogenannte Konfiguration zu erstellen, was heißt, wenn wir Einstellungen haben, wie beispielsweise Klassen oder Größen, Geschwindigkeiten und so weiter, dann wollen wir das Ganze relativ einfach verwalten können. In unserem Fall lege ich dazu einfach eine Config-Variable an. Das erste, was wir hier nämlich haben, ist eine Klasse, die heißt MenüElementClass und diese bekommt den Namen MenüElement. Und das nächste, was wir haben, ist BackgroundClass und hier sagen wir BG-Color. Aber wozu brauche ich diese beiden Elemente? Diese Klasse wird später jedem unserer einzelnen Menüpunkte, die hier angezeigt werden, also jedes dieser Objekte quasi, kriegt die Klasse MenüElement. Und alles, was die Hintergrundfarbe adaptieren soll, soll später die Klasse BackgroundColor bekommen, sodass wir quasi, wenn wir hier drüber gehen, die Hintergrundfarbe von multiplen Elementen verändern können, ohne dass wir jetzt gezielt uns Elemente suchen müssen. Sondern wir suchen eigentlich immer nur alle Elemente mit dieser Klasse und tauschen die Hintergrundfarbe aus. Und das ist ganz praktisch, wenn man das in der Config-Variable speichert, weil man so sagen kann, okay, ich möchte jetzt diese Klasse verändern vom Naming her und dann muss ich das nicht alles anpassen, sondern kann das alles gezielt an einem Ort in meiner Datei anpassen. So, nachdem wir jetzt im Prinzip unsere Konfiguration erstellt haben, brauchen wir jetzt einen Ort, wo wir unsere Navigation darstellen. Aktuell ist das hier rot hinterlegt, was heißt, wir haben hier BackgroundColorRed und hier wollen wir später unsere Navigation rendern. Ich mache das hier einfach raus, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und deswegen müssen wir jetzt hier definieren, okay, wie oder wo stellen wir das dar. In unserem Fall sage ich eine Variable, diese heißt Navigation und sage Document.QuerySelector. Und sage jetzt hier einfach in der Klasse Navigation, das wird unser Navigationsobjekt. Ich kopiere mir diese Zeile einmal und sage, wir haben nicht nur Navigation, sondern auch Sidebar. Sidebar und auch unsere Klasse Sidebar können wir jetzt an, also quasi referenzieren. Und das ist ja im Prinzip diese beiden Objekte, die wir in HTML hinterlegt haben. Und können wir jetzt hier nutzen, um da unsere Navigation anzuzeigen. So, das nächste, was wir machen wollen, ist unsere Menüpunkte generieren. Dazu brauchen wir die Konsole. Ich klicke hier in den Browser, drücke F12 und habe jetzt hier meine Entwicklungsumgebung, habe ich hier die Konsole ausgewählt. Weil hier müssen wir ein bisschen was anzeigen. Und das erste, was wir hier brauchen, ist, okay, wir gehen oder erstellen uns jetzt eine Funktion, die uns unsere Menüpunkte generieren kann. Und dazu sagen wir Function. Und diese Function heißt Create HTML Items oder Item. Dieses oder diese Funktion, die können wir eigentlich besser, zack, hier unten wieder schließen. So, diese Funktion soll jetzt quasi uns einzelne Menüpunkte erstellen, anhand unseres hier oben definierten Datenarrays. Und um das Ganze zu tun, sagen wir jetzt als erstes, okay, was für Elemente müssen wir eigentlich haben? Wir brauchen einmal einen sogenannten oder eine neue Variable, die heißt NewMenüItem und sagen hier Document Punkt und dann Create Element. Und hier sagen wir, okay, dabei handelt es sich um ein Div. Wir haben aber nicht nur unser MenüItem, was wir definieren sollen, sondern wir haben noch zwei weitere Elemente. Nämlich einmal New und dann Label Div beispielsweise. Und wir haben hier auch noch nicht nur Label Div, sondern Label Plus. Und das wird quasi ein Element sein, wenn wir hier auf unser Beispiel gehen und ich hier draufgehe, sehen wir, wir haben hier unser Icon. Wir haben hier eine kleine Brücke zwischen unserem Label und der Sidebar. Und diese kleine Brücke, das wird quasi später dieses New Label Plus. Und das ist ebenfalls ein Div-Container. Und zusätzlich haben wir noch unser Icon. Und unser Icon ist, oder wir sagen hier einfach New Icon. Und das ist kein Div, sondern ein A-Element. Was heißt, wenn ich hier drauf drücke, möchte ich ja gerne irgendwo hinkommen. Und das packen wir dann hier einfach in ein A-Element. Was heißt, damit haben wir quasi diese vier Punkte hier abgearbeitet. Und die kann ich jetzt einfach mal rauslöschen. Und jetzt müssen wir aber, wenn wir die erstellt haben, dafür sorgen, dass diese auch irgendwie angezeigt werden. Das heißt, wir sagen jetzt als erstes unser Menü-Item. Unser Menü-Item bekommt jetzt einmal Dataset und hier Color. Und unser Dataset Color wird quasi unsere Color, die wir hier oben setzen. Und diese Funktion, wenn die aufgerufen wird, erwartet die eine Variable, nämlich Menü-Item. Und Menü-Item hat das Attribut Color. Und das wollen wir hier einfach unserem Dataset mit dem Key Color geben. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt hier unten einmal. Wobei das Kopieren ist eigentlich sinnlos gewesen, weil wir hier eh alles rausnehmen müssen. Und sagen hier Classname.add, Klammer auf, Klammer zu. Sagen hier config. und dann sagen wir hier Menü-Element. Das heißt, wir wollen jetzt aus unserer Config-Datei, also der Config-Objekt, das wir hier oben erstellt haben, unser Menü-Element-Class, also das hier daneben, und wollen das hier gerne vergeben. Das heißt, wir haben jetzt hier unten schon mal, wenn ich jetzt hier sage, Read oder Return machen wir gleich, wir sagen jetzt hier mal Console.log und sagen hier New Menü-Item. Das heißt, wir wollen unser Menü-Item mal eben loggen. Dann passiert hier noch nichts, weil wir unsere Funktion noch nicht aufrufen. Ich rufe die jetzt einfach hier mal kurz Dummy-mäßig auf und sage hier einfach nur Menü-Data und rufe die Funktion mit dem ersten Wert unseres Array auf. Und jetzt haben wir hier Menü.className ist not a Function. Warum ist das not a Function? Class, oh. ClassName natürlich. ClassList müssen wir natürlich machen. So, jetzt haben wir hier unser HTML-Objekt erstellt und dieses HTML-Objekt hat ein, also ist ein Diff mit Data Color und hat eine Klasse. Und das ist schon mal ganz gut. Das heißt, das ist genau das, was wir haben wollten. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, okay, wir brauchen natürlich jetzt unseren Label-Diff beispielsweise. Den müssen wir hier auch noch generieren. Das heißt, hier sagen wir auch, wir möchten dem jetzt ein bisschen mehr Information mitgeben. Und sagen als erstes in der HTML, sagen hier Menü-Item.label, speichern das Ganze ab. Und in dem Moment passiert hier erstmal noch nichts, weil wir müssen jetzt hingehen und sagen, okay, wir wollen unser Menü-Item hier mit Append-Child, ups, wollen wir erweitern, indem wir unser neues Label dort einfügen. Wenn wir das jetzt abspeichern, seht ihr hier schon, wir haben jetzt hier einen Diff-Container mit Home drin. Das heißt, hier das Inner-HTML wird schon korrekt dargestellt. Wir müssen aber auch jetzt hier noch Klassen vergeben. Und zwar vergeben wir jetzt hier erstmal das, dass es auch das Label anspricht. Und sagen hier jetzt Punkt, 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 auf und zu. Sagen hier diese Config-Klasse wollen wir auch hier übergeben, aber nicht Menü-Element, sondern Background-Klasse. Und zusätzlich wollen wir hier sagen, okay, wir vergeben hier auch noch die Label-Klasse, speichern das Ganze jetzt ab und haben jetzt hier drin einmal Label und BG-Color. Was heißt, unser Label-Element hat jetzt die passenden Klassen, die wir brauchen. Und damit können wir jetzt weitermachen, indem wir sagen, wir wollen jetzt unser Icon stylen. Das kommt jetzt. Ist auch wieder hier unten einfach ein Icon. Auch unser Icon bekommt ein Inner-HTML, allerdings nicht Label, sondern Icon. Auch unser Icon wird quasi mit Append-Child einfach hinzugefügt. Was heißt, zack, zack, wird auch hinzugefügt. In dem Moment haben wir hier jetzt auch noch ein A-Element drin, aber dieses A-Element hat auch schon unser Font Awesome, unser Font Awesome-Objekt quasi. Aber es fehlt hier noch einiges. Und zwar müssen wir hier natürlich auch noch irgendwie den Link hinzufügen. Was heißt, wir sagen hier href gleich Menü-Item.link und fügen das hinzu. Und auch unser Element hier bekommt quasi exakt dasselbe wie das. Aber statt Icon, also statt Label kommt hier Icon. Und in dem Moment haben wir jetzt hier unser Icon, eine Klasse vergeben. Auch hier Background-Color, unser href ist vergeben. Und wir haben hier unser Inhalt, was heißt, auch dieses Objekt ist fertig und können wir so abspeichern. Das letzte, was noch fehlt, ist hier unser New Label Plastiff. Und das wird im Prinzip sehr ähnlich zu dem da oben. Was heißt, wir machen hier als erstes eine Klasse hinzu. Und diese Klasse wird nicht Icon, sondern Label minus Plus. Und auch hier fügen wir unsere Background-Klasse hinzu. Und natürlich muss auch dieses Objekt, das bekommt keinen Inhalt, weil es einfach nur als kleiner Blob dient quasi, fügen wir ebenfalls hinzu. Wenn wir das jetzt abspeichern, haben wir hier drin nicht nur ein Element, sondern, warum haben wir hier drin jetzt? Das speichern wir ab. Und, ah, hier ist der Fehler. So. Tüpp, 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 wo ist hier ein Fehler? Ah, hier, Menü-Item, zack, so. Jetzt haben wir es, jetzt funktioniert es. Jetzt haben wir hier unser Label, unser Icon und unser Label-Plus-Element. Was heißt, wir haben jetzt in jedem Menü-Element quasi drei Shiles und zusätzlich halt unser Menü-Element. Aber kategorisch können wir hiermit jetzt noch nicht viel machen. Das heißt, diese Funktion soll uns einfach das Ganze nur returnen. Das heißt, gib uns einfach ein HTML-Element zurück, wenn wir diese Funktion so wie hier aufrufen. Das Ganze lösche ich jetzt hier raus. Und jetzt müssen wir uns nämlich etwas überlegen, wie wir das Ganze in, also unser Menü auch wirklich, einfügen können. So, uns brauchen wir dafür, brauchen wir eine neue Funktion. Und zwar sagen wir Function und dann Render Navigation. Und diese Funktion, wenn wir die aufrufen, soll etwas machen, nämlich unser Menü-Data-Array nehmen. Und hier sagen, for each, Menü-Element, also für jedes Menü-Element in unserem Data-Array, soll quasi einfach unser Navigations-Objekt genutzt werden. Navigation, Navigation, Punkt und dann hier Append Child. Und hier sagen wir jetzt einfach Create HTML-Item. Und wir sagen hier Menü-Element soll an diese Funktion übergeben werden. Und wenn ich jetzt diese Funktion hier einfach aufrufe, Zack, dann generieren wir quasi unser HTML. Wir sehen hier jetzt noch nichts. Ich gehe hier mal auf unsere Liste, also auf unsere Elemente. Und sehe jetzt hier, wir haben eine Site. Also hier die Site-Ball wird schon erstellt. Hier haben wir eine Navigation. Und unsere Navigation hat drei Menü-Elemente. Und diese drei Menü-Elemente haben jeweils wieder drei unterschiedliche Elemente hier drin. Und so haben wir jetzt quasi unsere gesamte Navigation generiert, direkt vom Anfang an. Was heißt, wir generieren jetzt quasi von Start dynamisch unsere gesamte Navigation. Und das ist schon echt super. Und jetzt haben wir schon die Möglichkeit, das quasi jederzeit anzupassen. Wir müssen jetzt aber auch noch hier standardmäßig ein bisschen was setzen. Und das kommt jetzt. Und zwar ist unser Problem, dass unsere Site-Bar, also unsere Site-Objekt hier quasi permanent zu sehen ist. Allerdings wollen wir später diese Site-Bar ja basierend auf unserer Data-Color, also auf unseren Key-Values, auf unserem Data-Set setzen. Und deswegen hat die von Anfang an keine Farbe, sondern diese müssen wir dynamisch setzen mit JavaScript. Und das erste, was wir jetzt hier machen, ist, wir rufen unser Site-Bar-Objekt auf und sagen hier Class-List.at, Klammer auf Klammer zu, Punkt, 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 geschweift, also eckige Klammern auf und sagen hier Config, Punkt und dann Background-Class. Was heißt, wir wollen ja später unsere Background-Class soll praktisch ermöglichen, die Hintergrundfarbe zu setzen. Und jetzt sehen wir hier, unsere Site hat jetzt die korrekte Hintergrundfarbe, also die korrekte Hintergrundklasse hinzugefügt. Und jetzt brauchen wir eine neue Funktion, und zwar Function, Set, Color und dann to Elements. Und hier sagen wir, okay, wir wollen eine CSS-Klasse und wir wollen eine Farbe. Und diese beiden Attribute, die wir an diese Funktion, also Parameter, die wir an die Funktion übergeben, definieren wir mit Variable Elements gleich Document, Punkt, QuerySelector. Und dann hier ganz wichtig, of all, was heißt, wir wollen ein Array von allen Elementen mit der Klasse, Punkt, und dann halt, was auch immer CSS-Class ist. Also wir wollen quasi alles, was diese Klasse umfasst, auf der Seite als Element abspeichern. Und hier wollen wir jetzt einfach sagen, Elements, for each, Element, und hier sagen wir einfach Element, Punkt, Style, Punkt, Background, Background, Color gleich Color. Was heißt, die Farbe, die wir an diese Funktion übergeben, soll quasi an jedes Element gesetzt werden, das die Klasse besitzt. Diese Funktion rufen wir jetzt hier oben auf, aber nur ein einziges Mal und sagen hier quasi, okay, wir rufen jetzt diese Funktion auf mit der Klasse, Config, Punkt, und dann Background, Class. Und hier sagen wir jetzt, welche Farbe wollen wir nutzen. Wir nehmen hier einfach Menü-Data 0 und hier sagen wir Color. Das Ganze speichere ich jetzt ab und jetzt wird standardmäßig die erste Farbe, also vom obersten Menüpunkt, in unserem Fall müsste das dieser Farbcode sein, wird hinterlegt und wird standardmäßig gesetzt, sodass standardmäßig eine Hintergrundfarbe vorhanden ist, die sich aber später halt verändern kann. Und das müssen wir jetzt auch noch bauen. So, und um die Interaktion, also den Hover-Effekt zu ermöglichen, definieren wir uns hier wieder eine Variable und sagen getEventTrigger und sagen Sidebar, Punkt, und hier suchen wir dann auch wieder mit QuerySelectorAll. Was heißt, wir wissen ja, dass alle Elemente, die wir belegen wollen, in unserem Sidebar-Objekt sind, und daher müssen wir nicht den gesamten Scope des Documents, sondern einfach nur der Sidebar angeben und sagen jetzt hier geschweifte Klammern auf, Punkt, sagen hier Dollarzeichen, geschweifte Klammern auf und sagen Config, Punkt, und hier Menü-Element-Class. Und damit haben wir jetzt quasi alle unsere Menü-Elemente unter getEventTrigger, unter der Variablen gespeichert und sagen jetzt hier getEventTrigger forEachElement und hier können wir jetzt einfach sagen element.addEventListener und unser EventListener ist hier einfach Maus, Enter, sagen hier Function, übergeben hier unser Event und sagen jetzt hier einfach SetColorToElements und sagen hier Config. und BackgroundClass und sagen hier E.Target.Dataset.Color. Das heißt, von dem Element, auf dem wir gerade liegen, wollen wir das Dataset ansprechen und wenn ich jetzt hier rübergehe, seht ihr, es funktioniert wunderbar, das heißt, die Farbe verändert sich schon und jetzt haben wir soweit alles, was wir mit JavaScript machen, abgeschlossen und können jetzt die einzelnen Elemente mit CSS zu Ende style. So, und das erste, was wir jetzt machen, wenn wir CSS loslegen, wir sagen, wir wollen unsere Background-Klasse ansprechen. Das heißt, wir sprechen, egal wo auf der Seite unsere BG-Color-Klasse ist, sagen wir, das Ganze soll mit Transition 1500 Millisekunden all, wobei ich glaube, 1500 Millisekunden ist ein bisschen lang. Wenn ich jetzt hier rübergehe, haben wir quasi diesen schönen, diese Animation, dass wenn wir auf den Menüpunkt gehen, dass das alles nicht mehr so abrupt passiert, sondern einfach Step by Step. Das nächste, was wir haben, wir haben ja unser Menü Element, also nicht nur eins, sondern wir haben insgesamt drei. Das heißt, wir haben hier ein Menü Element, das wollen wir jetzt stylen. Dieses bekommt standardmäßig ein paar Attribute und zwar einfach eine Weite, nämlich 100%, wobei die brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern eine Position Absolute, damit sich unser Label später anhand dieses Elementes ausrichtet. Wir sagen, dass der Cursor ein Pointer wird. Wir sagen Weite und Höhe 8 Rem und speichern das Ganze ab. Und jetzt sehen wir hier schon, wir haben hier jetzt unsere drei Elemente, sind ein bisschen weiter auseinandergerutscht. Und jetzt können wir hingehen und dafür sorgen, dass unsere Icons besser funktionieren. Und damit sagen wir hier drin einfach, okay, in unserem Menü Element haben wir ein Icon. Dieses Icon positionieren wir ebenfalls mit Position Absolute. Das heißt, wir wollen, dass das oben in der Ecke positioniert wird. Wir sagen mit Zindex 2, dass das Ganze auf, also über allem anderen drüber liegt. Und dadurch, dass wir unserem Icon in unserem MainJet S hier oben auch unsere Background-Klasse mitgegeben haben, wird unser Icon später dieselbe Hintergrundfarbe haben wie alles andere. Und wenn ich das jetzt abspeichere, dann rutscht das hier über Portfolio. Was wir jetzt noch machen müssen, ist quasi einfach nur zu sagen, okay, wir haben eine Weite und eine Höhe. Und was wir auch noch haben, ist eine Schriftgröße, womit wir das Font Awesome Icon von der Größe manipulieren können. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, dafür zu sorgen, dass einmal wir eine Schriftfarbe nutzen, die Text-Agration unseres Links, also dass das hier irgendwie komisch aussieht, wegmachen. Und wir sagen mit Flex Center, dass es alles zentriert ist, also auf der vertikalen und auf der horizontalen in der Mitte ist. Das Ganze speichern wir ab und haben jetzt hier drei wunderbare Icons hinzugefügt. Und das sieht alles schon mal gar nicht schlecht aus. Das Nächste, was wir jetzt brauchen, ist unser Label natürlich. Was heißt, wenn ich hier drüber gehe, passiert noch nichts, bis auf das wir die Farbe setzen. Und deswegen brauchen wir jetzt hier unser Label. Unser Label bekommt ebenfalls Position Absolute. Einfach, dass wir das hinzufügen können. Unser Label bekommt dann ebenfalls, weil wir Top 50% setzen, steuern wir mit Transform und Translate minus 50% dagegen, sodass es wieder in der Mitte zentriert ist. Wir sagen mit Set Index 1, dass das Ganze unter unserem Icon liegt, sodass wir quasi unser Label nicht sehen im normalen Betrieb. Und mit Left minus 100 sorgen wir eh dafür, dass unser Label quasi aus dem Bildbereich rausgeht, sodass wir das eh nicht sehen. Wir wollen jetzt, um das aber zu kontrollieren, mal eben auf 100% gehen und sehen jetzt hier unsere drei Label. Wir brauchen jetzt natürlich noch eine Schriftgröße und wir brauchen auch noch ein bisschen Abstand, also Innenabstand von der Schrift nach außen, sodass wir jetzt unsere drei Label hier wunderbar gestaltet haben. Ich kann das Ganze auch ein bisschen größer machen. Und jetzt müssen wir hier aber wieder auf minus 100% gehen, weil das, was wir jetzt nämlich als nächstes machen, ist zu sagen, innerhalb unseres Menü Elements, also auf dieser Linie hier, wollen wir mit Untover dafür sorgen, dass etwas passiert, wenn wir mit unserer Maus darüber gehen. Und zwar sagen wir hier einfach Label, Left und dann 115%. Das heißt, wenn wir mit über einem Icon drüber gehen, soll quasi das ganze Ding nach links rausfaden. Und wenn ich das hier mache, sehen wir, es animiert sich wunderbar raus. Ein bisschen sehr langsam, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir das hier oben doch mal auf 500 oder so machen. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehen wir ja, das sieht schon deutlich besser aus. Aber ihr seht, hier ist noch so ein kleiner Abschnitt dazwischen. Und hier, wenn ich darüber gehe, seht ihr, man hat da diese kleine Verbindung. Und das müssen wir jetzt noch machen. Was heißt, wir haben ja unser Label Plus. Zack. Und auch unser Label Plus bekommt quasi Position Absolute mit Top Left. Ebenfalls wie auch unser Label selbst steuern wir wieder mit minus 50% in Translate dagegen. Sagen, wie auch unser Label selbst, soll es hinter unserem Icon liegen. Und das Letzte, was noch fehlt, ist eine Höhe und eine Weite zu vergeben. Und eine Weite von 2 Rem, eine Höhe von 1,5 Rem. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und wenn ich hier drauf gehe, passiert nichts, weil das liegt quasi immer noch hier irgendwo in der Mitte. Weil wir haben ja auch hier im Prinzip Label 0, also Left 0. Und wir müssen jetzt hier quasi noch sagen, okay, soll auch auf 100% gehen. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr, okay, wunderbar, ist da so eine kleine Brücke dazwischen. Und damit ist unser Effekt abgeschlossen. Ihr könnt hier mal unter die Videokommentare schreiben, ob euch das gefällt oder ob ihr es lieber einfach hier in Klammern statisch eingebaut hättet. Oder ob es ganz interessant war, das Ganze mal mit JavaScript in Klammern ein bisschen over the top zu ingenieren, um zu gucken, ob das Ganze für euch auch, ja, ein Mehrwert bietet. Einfach mal ein einfaches Problem wie so eine Sidebar ein bisschen komplizierter anzugehen. Weil so ist es halt komplett dynamisch. So würde man es später beispielsweise in Angular, in React oder in ähnlichen Frontend Frameworks machen, dass man quasi die Daten oder die Darstellung von Elementen anhand von Daten generiert und nicht statische Templates baut. Das ist quasi aktuell the way to go. Und deswegen wollte ich das einfach mal zeigen. Prinzipiell finde ich den Effekt, wie gesagt, immer noch ziemlich cool. Ihr könnt hier mal unter die Kommentare schreiben, ob ihr den irgendwo einsetzt mit einem Link oder sowas. Ist sicher ganz cool für die Community. Ansonsten war es das für diese Woche. So, das war es für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung Twitter, Facebook, Instagram. Sagt einfach Hallo. Ansonsten könnt ihr auch diesen Channel supporten. Ihr findet dort Amazon-Affiliate oder andere Partnerseiten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Let me see. Andra. Let me see. Ich bin natürlich weiter.